Ich bin Jan Rehtmann und wurde vor 42 Jahren im brandenburgischen Wittstock geboren. Seitdem hat sich meine Heimat sehr verändert. Und zwar positiv. Meiner Generation stehen die Chancen der Freiheit offen, die unsere Eltern nicht hatten. Umso mehr ärgert es mich, wenn Extremisten heute das Erbe der Wende missbrauchen, den Menschen Zuversicht und Optimismus nehmen wollen. Die CDU muss sich in dieser Situation erst recht als Partei der deutschen Einheit beweisen. Unsere Aufgabe ist es, Mut zu machen, wo andere alles schlecht reden. Für Sicherheit und Stabilität zu sorgen, wo andere sich Chaos wünschen. Ich bin davon überzeugt, wenn es uns gelingt, das Vertrauen der Menschen in Ostdeutschland zurückzugewinnen, dann gelingt uns auch der Wiederaufstieg der Union im ganzen Land. Und daran möchte ich gemeinsam mit Ihnen arbeiten. Vielen Dank.